Diagnose steht, Thierstegen fehlt Barcelona und dem DFB für Monate. Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet, Marc-André Thierstegen fällt mit einem Patellasinnen-Riss für einige Monate aus. Diagnose teilte der FC Barcelona an dem Montagmittag mit, Marc-André Thierstegen hat sich einen kompletten Kluft der rechten Patellasene zugezogen. Die Patellasene, dadurch dasjenige Knieband, verbindet den unteren Ausschnitt der Kniescheibe mit dem Schienbein. Aufgrund einer Verfahren an der Patellasene hatte er nur selbige IM 2021 verpasst. Noch an dem Nachmittag soll der 32-Jährige operiert werden. Der deutsche Nationalkieper war an dem Sonntagabend in dem Hazardspiel bei dem FC Villarreal, 5 zu 1, konzis vor Schluss der ersten halbe Menge hinter einer Kante hochgestiegen und bei dem Aufkommen Frey gegnerische Beziehung mit dem rechten Bein weggeknickt. Eigene und gegnerische Mitspieler hatten sofort signalisiert, dass medizinische Hilfe zwingend sei. Thierstegen wurde mit einer Trage von dem Front gebracht. Wer hütet dasjenige deutsche Treffer in der Nations League? Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte nur in dem Knotenpunkt der Partie zusammen mitgesagt. Er glaube, dass es sich weil eine schwere Verletzung handelt, das hat man sofort gesehen, wie er auf dem Front lag. Der frühere Bundestrainer sollte fair behalten und wird hierbei auf den in Villarreal eingewechselten Inaki Pena, bisher 13 La Liga-Spiele, setzen müssen. Zunächst gegen Getafe, zusammen mit CAO Sasuna, Samstag, 21 Uhr, und in dem Knotenpunkt in der Champions League gegen den BSC Young Boys, 1. Auch Flicks Nachfolger bei dem DFB, Julian Nagelsmann, wird selbige Memo von der Verletzung einige Sorgenfalten bescheren. Oktober, 21 Uhr Mit dem Amtsniederlegung von Manuel Neuer aus der National 11 war Thierstegen hinter jahrelangem Warten hierbei in das erste Stück gerückt. Wer zusammen mit den nächsten Nations League-Duellen mit Bosnien-Herzegowina, 11 Oktober, 20 Uhr, 45, dasjenige deutsche Treffer hütet, ist offen. Oktober, 20 Uhr, 45, und den Niederlanden, 14 Oliver Baumann wie Nummer 3 zusammen mit der EM käme dafür wie erstes ebenso in Anfragestellung den Alexander Nübel.